Ich fahr rückwärts, ne? Wenn ich rückwärts fahre, also, dann macht das Auto die Musik aus. Ich habe den Eindruck, das Auto hält mich für zu blöd, gleichzeitig rückwärts zu fahren, um Musik zu hören. Pass auf, ich kann gleichzeitig, nur mal als Beispiel, ich kann gleichzeitig telefonieren, bügeln und die Bratkartoffeln wenden. So, das kann ich, ja, das können alle Frauen. Ganz andere Sachen gleichzeitig. So, wofür hält das Auto mich? Für einen Mann?